Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir den Fahrfilm für die AE361 10639 und die ist von Rokko mit Artikelnummer 78088. Wir zeigen euch die Lok mit den wichtigsten Funktionen und später also vor einem mittellangen SBB-Wagenzug. Ich wollte mich euch auch noch bedanken, auch so für die Follower, für die vielen Abonnenten, die wir in letzter Zeit auch bekommen haben und für den ganzen Zuspruch, den wir bekommen haben. Wir werden auch weiterhin interessante Themen für euch haben. Nächstes Jahr wird auch sehr spannend. Wir werden unter anderem uns die neue Doppelkreuzungsweiche von Märklin uns anschauen, von C-Gleis und mal gucken, ob wir die hier auch mit einbauen können und ob die sich mit den Fremdfahrzeugen verträgt. Das ist einer der spannenden Themen für nächstes Jahr. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr und gleich am Anfang des Jahres kommen die nächsten Highlights. Dann freue ich mich schon drauf und danke nochmals für alles und viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ausklophen 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao!